10 Münzen 10 Münzen Ja ok Verließe ich vielleicht den 2. Platz Ja sehr wahrscheinlich so 3. bin ich Na ja komm Womit sind kriegen wir jetzt beim Minispiel wieder rein Auf gehts So Hops Bombenstimmung Ein Team Minispiel Ok Alles zusammen Aufgaben Explosion von Bob Omb entgehen Reiche die Bob Omb im Uhrzeige sind weiter Du kannst immer nur einen in den Händen halten Aha ok Musst dann hier mit dem Knopf weiter Ah Hot Potato Verstehe das Prinzip Hu ha Bloß in die Hand haben sonst erscheint man aus Ah Alles klar Das ist ein lustiges Spiel Mal 45 Märks Knopf 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 Spann Knopf 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 Na komm. Weitergeben, 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 weitergeben. Ich hab die heiße Katastrophe. Na zack. Ja, ich bin noch drun. Konzentration. Oh oh. Ich hab die heiße Katastrophe. Na komm. Zack. Nimm. Hm. Hm. Ja nice. Zu dritt sind wir. Uiuiui. Mario ist nochmals dran. Dann lassen wir kommen. Hm. Hm. Ja nice. Gewonnen. So macht man das. So spielt man das Spiel. Hammerbruder gewonnen. Ja Hammerbruder. Und von München. Auf Platz 2. Verbessert. Verbessern kann man sich immer. Das ist doch gut. Runde 7. Wann ist am Zug. Wann ist am Zug. Na dann. Das ist unser bestes Game. Hm. Den 1. 5. Na ja. Der will zum Stern. Wird sie seinen zweiten Stern oder was. Und ich bin da hinten. Ich bin völlig am falschen Ende. Bitte Bowser. Bowser Junior. Bowser Junior braucht den Stern. Dann sind wir alle weg auf. Und einer von den anderen das kriegt. Ah. Ja. Wörschinski kriegt den schon mal nicht. Der rennt in die völlig falsche Richtung. Na komm Bowser Junior. Schnapp den dir. Zuerst mal dass dieses Anfänger hier. Eine 10 hat er. Wow. Da sind 10 auf den Würfel. Wie geht denn das? Bowser Junior. Den muss ich mal spielen. Das nächste Mal. Der scheint richtig gute Würfel zu haben. Den Stern. Ja. Ok. Dann sind wir wieder gleich auf. Da haben wir. Hat keiner einen Stern zu viel. Da habe ich noch Chancen. 1. 2 anzuführen. Wir sind erst in der 6. Runde. Wenn ich es richtig gesehen habe. Also der 7. Ich weiss nicht. Jedenfalls haben wir noch einige Runden vor uns. Platz 2. So. Stern auf dem Spielplatz. Spielfeld. Platz Jungen. Ja. Das ist. Gut. Da komme ich vielleicht auch mal hin. Da komme ich vielleicht auch mal hin. Wenn ich mich anstrengen. Ich nehme mal eine gute Sache Würfel. Ich bin da sogar ganz in der Nähe oder? Oh oh. Bowser Junior kommt eben auch eine an. Die anderen sind auch in der Nähe. Ach da bin ich ja. Da komme ich hin. Wenn ich nicht unbedingt eine 1 Würfel. So. Ähm. Items. Ja. Ich muss noch eine 4 oder eine 5 Würfeln. Hmm. Shy Guy Würfel. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Na dann. Würfel. Eine Null. Wie kann denn das passieren? Das sind doch. Das ist das. Das ist das. Der Wölfel bestand nur aus 4 und 1 nach 0 und ich wirf natürlich die 0. Und was ist denn das für ein. Was für ein mieses Spiel hier. Miese Würfel. 30 Zahlen für einen Stern. Äh ich hab kein Geld. Hmmm. Ich würde es mir in den kaufen hier bei Lucky 2. ist zwar ein bisschen unfair aber wer am meisten geht, der ist der Erste, die knüpfe ich es ab. So, habe ich schlechte Chancen Erster zu werden, als er zu müssen nicht mehr Erster. So zack, Münzen finde ich, 21, bin ich Dritter jetzt oder? Ah, der ist aber noch Erster. Ein bisschen näher ran. Oh, versteckter Block, das ist gut. Nein, verdammt, nur Münzen. So ein Mist, ja, kann man nicht gut treffen. Doch, kann man aber. Ja, ist Glückssache. 2 vs. 2, na großartig. Nicht den Faden verlieren. Oh, oh, das klingt spannend. Und, Runde 1. Ah, ok. Ich bin hier, ähm, äh, ja, hm. Dann müssen wir hier das Dreieck machen. Hier müssen wir, hier müssen wir lang, hier müssen wir rum. Hier, ähm, ja. Auf jeden Fall. Och nee, das ist gar nicht mein Spiel. Hier runter und dann da lang und dann... Nein, 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 ganz falsch, ganz falsch, ganz falsch. Was denn? Was?ost... So, das müssen wir machen, hier in der Mitte, hier da lang, Yoshi, Yoshi, mach mit, hier mal runter, und dann hier hoch, was denn, ach verdammt, was ist denn, Yoshi, Yoshi, was denn, bleib doch da mal oben stehen, dann kann ich hier mal, was denn, was machen wir denn gerade? Wir sind Cowiches Team, so jemand in der Mitte hier, das ist dann hier runter, und dann hier mal drüber, und dann hier so zueinander, das passt doch so, super, super, erster Punkt, Joschinski, komm rüber, so, wir müssen hier mal rüber, da lang, ähm, nein, müssen wir nicht, ähm, da lang, und dann da rüber, und hier lang, das ist, ja, Yoshi, bleib doch in Yoshi, was machen, Der haut gleich ab, ähm, ja, ähm, hier so hoch, und, ja, dann werden wir eben definitiv gewinnen, ähm, Tiefe, ich weiß nicht, wo ich lang steuere, ähm, hab selbst keinen Plan, ähm, na, da haben wir ja noch nicht gewonnen, ähm, ein Chaos Team, Joschinski und der mein Bruder, ähm, lustig war's, So, erst wieder Platz 1, war er wohl vorher nicht, ich war Platz 1, jetzt bin ich wieder Platz 2, ah, verschlechtert, Runde 8, Zehn Runden wären doch besser gewesen, naja, was weiß, hatten wir Führungschancen gehabt, oh, da sind gleich zwei hier, zwei Supporter, ah, au, der wird halt rüber, Verbindeten fest, oh, jetzt gerade noch einen dritten Verbindeten dazu, da gibt's dann sowas, dass das sein erster, weil er die anderen verbraucht hat, Und da hat hier gleich eine ganze Armee bei sich, Waluigi verbündet, ja, war ich mit Waluigi, dann ist das, die, 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 die schießt am Zug, Na, dann, ich muss zu dem Stern hin, Joschi, wo steht der, beim Stern steht er, oh nein, Da sind die Münzen, aus dem Stern, und geht in Führung, Joschi, was ist heute mit meinem Würfel los, kann mir das jemand erklären, Ja, das ist heute irgendwie, ja, da ist der wohin drin, Joschi geht in Führung, ich bin Dritter, Münzen brauchen wir, Joschi mit dem Platz 1, Toilette, geht wohin, nach da drüben, ja, ganz weit weg von mir, Achso, Lot auf das Feld, Hm, ist trotzdem weit weg, Da ist jetzt, glaube ich, Wario ganz in der Nähe, Ja, Besonders eigenes, die Null, Nein, König Bob Om rastet aus, Oh nein, Was passiert, Au, Explosion, Null auf ihrem Feld, Münzenverlust, Okay, Wario und, Ah, die, die da oben standen, Wario und, Joshi, Ah, gut, Jetzt bin ich wieder auf Platz 2, Das ist gut, Ich kann nicht aktuell leben, Zum aktuellen Stand der Dinge, Besonders eigenes, Oh nein, Schon wieder eine 4, Was riskiert denn ihr hier, Ich bin, glaube ich, noch nicht wirklich auf so ein Spiel, Punkt gekommen, Ich will den normalen Würfel, Hammerbruder Würfel, Normaler Würfel, Scheigell Würfel, Der Scheigell Würfel, ja komm, Das ist, Das kann ja nur was Gutes werden, Plus 4, Plus 5, Na komm, Würfel, Bitte nicht die 0, Na, ne 4, Plus 2, 11, Na komm, Ach, da müssen wir rum, Äh, ja, Na komm, Hol dir den Stern, Hammerbruder, Hol dir den Stern, Ja, Rüber mit dem Stern, Kommt zu Daddy, Verliegt 2 oder Münzen, Aber, ja, 2 Sterne, Spitzenmäßig, Gigantisch, Und ich bin auf Platz 1, So kann's gehen, Mit Hammerbruder, Sonst das Glück, Gewogen, So, Der Stern geht an einem Fleck, Und ich bin ganz in der Nähe, Ich renne da hin, Und hol mir den nächsten, Dann führ ich, Führ ich doch die an, Na komm, Wie viele Runden sind's denn noch, Da war nur hoch, Und fällt auf, So, Wieder ein Pilz, Ein Tobopilz, Sacken Wein, Und ab geht's zum nächsten Minispiel, Großartig, Vier Spiele, Und was wird's, Dieses Land soll mein sein, Das größte Feld in Besitz nehmen, Identifiziere das Feld, Mit dem größten Flächer, Ähm, Okay, Egal, Los geht's, Ähm, Los geht's, Sag ich, Ähm, Na, Bereits, Mal schauen, Wie wir's hinkriegen, So, Start, Ähm, Ähm, So, Ähm, Das ist meins, Ja, Das ist definitiv das Größte, Oder, Ich bin spitze, Na komm, Großfeldschätzen, Das ist das Größte, Das ist meins, Oder, Oh, Ne, Das ist unten, Das von Yoshi, Das ist groß, Das ist groß, Verdammt, Oh, Das war Wario, Na komm, Das ist groß, Das muss, Obwohl, Wario ist wieder, Ja, Wario, Nein, Ja, Wario, Ah, Verdammt, Letzte Runde, Der muss mich jetzt anstrengen, Das hier, Das ist lang, Na, Nein, Ja, Schwarz, 20 Punkte, Ja, Gewonnen, So kann's gehen, Gewonnen, So, Ich bin heute an der Führende, Ja, Das ist gut, So will ich's sehen, So, Runde 9, Wario ist der Zug, Das ist gut, Jetzt bin ich jetzt, Und dann muss ich das Haufen 일단 schützen, In, And, And, Toad, And, Und, And, So der holt den nächsten Stern, der holt auf, der Wahnsinn, ich fahre gerade etwas ruhig, ich muss gerade etwas herausfinden, Stern Alten, ok, er holt auf, Bowser Junior ist ganz weit unten, das führe immer noch, das ist laut, so jetzt bringe ich den Stern Wander hin, so muss es sein, nein, in den anderen Ort, dort hinten, ok, ich glaube ich bin am nächsten dran, oder nicht, oder irre ich mich da, brauche ich mir den dritten Stern, wo bin ich, wo stecke ich rum, ok, diesmal läuft anders rum, von mir aus, ach da hinten, oder, bin ich das, und das ist Bowser Junior mit seinem Koopa, also 6 und 2 x 8, 8, nach Alla Riese, ach da bin der Schalkei, der bleibt schonmal bei mir, der Schalkei, im goldenen Tuberpilz, die 15 Runden waren zu viel, zu viel, wir sind jetzt noch nicht mal bei, wir sind bei Runde 9 von 15, nein, ich wusste doch, 10 Runden reichen, ich habe es trotzdem gemacht, ich habe mehr Runden in der Schalkei, das war ja mal wieder klar, das Zell, die sich übernimmt, und die größeren Augen, jetzt der Mund, naja, passt irgendwie nicht ganz, na gut, das spricht überhaupt nicht hin, ich glaube da müssen wir uns ein bisschen, naja, ok, ich kann mir was leisten, kann ein paar Münzen ausgeben, was, da kommt das weiße Feld, trägt ein Item, ein Stern, ach du Schande, so ein Block, da können Sterne drin sein, oh nein, der fliegt aber jetzt noch nicht, oder? Oh, der wird in Konkurrenz, ich bin nochmal auf Platz 1, aber ich sollte kein Geld ausgeben, ich sollte Münzen sammeln, mein Bruder ist am Zug, bitte eine gute Nummer, wir wollen was riskieren, ein 1 zu würfeln, Turbopilz, und den, ja der Schalkei würfels gut, den nehme ich, da steht zwar das Risiko des 0 würfels, aber, ja komm, auf gehts, ne 0, was zum Henker das ist, hab's grad noch gesagt, ne 4, nein, immerhin, nein, ich kauf nix, nee, wir kaufen nix, und weiter gehts, an allen vorbei, nee, nicht an allen vorbei, aber wir sind mitten drin, Minispiel, jawoll, 4 Spieler Minispiel, na, was kommt jetzt auf uns zu, der Weg zum Reichtum, ein Münzern Minispiel, na dann, der Weg zum Reichtum, das klingt ja verweckend, Aufgabe, die meisten Münzen einheim sind, ah ok, da wurde ich schon geschoben vom Bildschirm, und sie nicht runterfallen, wahrscheinlich, ok, ja, verstehe, wird er jetzt erst ans Ziel kommen, oder gehts nur um die Münzen, wahrscheinlich gehts nur um die Münzen, hier bin ich der Letzte, aber gut, machen wir's ernst, start, oh, da sind wir, ups, wie ist mein Weg, Münzen, meine Münzen, ich bin immer noch Hammerbruder, falls wir es nicht vergessen haben sollten, Münzen, 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 zack, das sieht gut aus, naja, aber nicht gut genug, mir fehlen noch einfach Münzen, um die meisten zu haben, ich bin ziemlich schlecht sogar, ah, zurück das Münzen, ah, verdammt, der schlechteste bin ich nicht, aber, naja, könnte besser, Jochinski steigt auf, und ich bin ungefähr in der ersten Platz, ja, die Münzen dürfen wir nicht verlieren, Runde 10, Vario ist am Zug, na dann, ein Todpilz, das heißt, eine 1 kann er schon mal nicht würfeln, weil, wenn er eine 1 würfelt, hat er eine 6, also, bitte ein 6, ach, das habe ich nicht gemeint, ja komm, Münzen ist er beim Wortspiel, oh nein, das ist beim Stern, aber jetzt ist der der dritten Stern, ja, das macht er, dafür hat er keine Münze mehr, und der dritte Stern ist mein, ja, hoffentlich, wir haben noch 5 Freunde der dritten Form, ah, au, die Sterne halten, jetzt ist er in Erlastung, aber jetzt keine Münze mehr, na dann, lass uns aufholen, aber sofort, ok, wo fliegt die Toilette hin, ja, das ist gut, da ist gut, da ist gut, da ist gut, ich glaube, ich weiß, wo sie hinfliegt, ok, das ist sehr weit weg, das ist nicht gut, da müssen wir so gut würfeln, um da hin zu kommen, ah, oh, und das wird nicht klappen, mit meinen Würfeln, mit meinen miserablen Würfeln, die ich so hier habe, ja, wir können uns für 30 Münzen in den Stern kaufen, da sind wir zwar bei 0, aber, ja, Bowser Jr. wird klauen mit Münzen, ja, machen wir doch, wenn wir mal da hin kommen, können wir uns bei Lucky Toon einen Stern kaufen, das ist zwar nicht ganz legitim, aber ja, was ist das für ein Spiel gewollt, das ist ein bisschen, ist fast ein bisschen die Schummeln, aber, na komm, der hat jetzt seine ganze Armee hinten dran, ach so, das war das Ergebnisfeld hier, das Ergebnisfeld, ah, der hat jetzt auch eine, der hat eine Bombe hinten dran, ah, ok, und die explodiert irgendwann, hm, ich verstehe, Joschinski mit seinem Turbo-Trobo-Pilz, Super-Trobo-Pilz, den sitzt da noch nicht ein, ich habe glaube ich auch ein Item noch auf Lager, nein, habe ich scheinbar nicht, ich sehe es ja oben am Bildschirm, oben rechts, jetzt kann man mal gucken, ich bin zweiter, noch, ja, ich habe hier nichts gekauft, gerade eben, der kauft sich einen Turbo-Pilz, ich kaufe mir gleich die Sterne, so viel habe ich, so viel Geld, ist ihm hier überschrieben, hopps, nimm den, nimm den, nimm den die Bombe mit, na, so schönes Geld, ich habe nicht genug Geld, um es einen Stern zu kaufen, der nimmt sich Münzen, von mir, was zum Keier, nein, als ob das gewusst hätte, dass ich mir Sterne kaufen will, ah, ich habe immer noch 30, naja, na komm, die darf ich mich nicht abknüpfen lassen, 8 Münzen nimmt er sich weg, mhm, ok, na dann, das ist das klingt nach einem guten Plan, dass ich mir die abhole, Browser Junior ist am Zug, so darf ich mir bloß jetzt keine Münzen klauen, das ist aber gut ans Ziel kommen, 9 plus 10, 9 plus 1 ist 10, nicht 9 plus 10, das wäre ein bisschen viel, so, da holt sich auch was, auch nicht von mir, gerade an der Kamera, an dem es nicht wackelt, Münzen, was von mir, was doch, was, nein, 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 was, oh man, ich bin der mit den meisten Münzen, oder was, ach man, wo kriege ich denn jetzt 8 Münzen her, wie viele hat er mir jetzt weggenommen, 8 Münzen, 5 Münzen, ok, die kriege ich doch in meinem Spiel her, oder, kriege ich die irgendwo her, oh man, jetzt erstmal Würfel, mal schauen, was jetzt kommt, ähm, seitdem habe ich keine normale Würfel, meine Würfel, komm, würfeln wir mal mit meinem, da würfel ich wahrscheinlich wieder eine 1, aber was solls, na komm, bitte kein 1, 5, ja nice, da wären die Würfel mal gut, 6, und ich habe den Bob-Omp hinten dran, ah, jetzt wird es mir erklärt, ich glaube, er sagt, tut mir leid, wenn ich ihm im Weg stehe, ist nicht böse gemeint, Bob-Omp folgt es dir, oh oh, ach der verschlechtert meine Wurfzahlen, oh nein, das kann ich ja gebrauchen, das ist praktisch für mich, der ich eh schon scheiße würfle, fürchten damit die Spiele, Roll-Routine, das sehe ich nicht, Aufgabe-Ziellinie vor den anderen erreichen, bewegen, bewegen, okay, ah, verstehe, neige nach vorne, um zu beschleunigen, hohes Gas, um 14, um 14 bremsen nicht dabei, ah, okay, mich seht ihr gerade auf dem rechten unteren Bildschirm, rechts unten, okay, ich denke, das verstehe ich, ich denke, das kriegen wir hin, ja, super, bereit, bereit, bin ich immer, breit geboren, 3, 2, 1, los, na los, breit geboren, auf geht's, haben wir Bruder, na, 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 komm, ich muss mir den nächsten Stern holen, was mach ich denn da, na, komm, na, komm, na, komm, rolle, 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 oh nein, was ist denn das jetzt hier, was ist denn los, was ist los, was machst du, was machst du, Hammerbruder, das ist aber gar nicht, Hammer, Bruder, oh nein, Nein, ich bin der Editor, ach, DININEINEINEINEINEINE, ach verdammt! Ich dachte, ich konnte es. So ein Mist auf, das läuft hier falsch. Nein, ich bin nur noch vierter. Okay, jetzt, in dem Spiel! Will ich in der kompletten Runde. Ich habe nicht mehr so viele Münzen, ich bin wirklich vierter. Oh, nein. Oh nein, ich hatte gerade so einen guten Lauf, ich war jetzt hier, der war schon sehr gut daran, Erster zu werden. Jetzt wird sich hier mit seinen Kollegen jetzt hier, der Mario hier noch den nächsten Stern, oh nein, oh nein, der hat jetzt vier Sterne nicht, oh nein, oh nein, ist doch nicht möglich. Der mit seinen Kumpanen hier, der hat sich hier für alle Verbündete gekreilt und es ist jetzt unfair. Ich war am Gewinnen. Was denn, was ist denn jetzt auf dem mal los? Ich sah schon das Ziel vor, ich sah schon den Sieg in greifbarer Nähe, das ist, jetzt krallt er sich in kürzester Zeit, die vier, zwei Runden, ah, ich kann nicht mehr reden. Noch einmal eine Hoffnung, weil es sind noch fünf Runden, aber vier Runden. Aber Mario, der räumt ordentlich ab, der ist, hm, den sollte man nicht unterschätzen, die ist nicht schlecht. Bierschensky, der ist auch gut im Kurs, bisher hat nur Bowser Jr. ein bisschen abgepackt von den Koms, und ich natürlich. Ja, obwohl Bowser Jr. auch recht gut ist, der ist gerade auf dem zweiten Platz, also beschweren kann man sich da nicht. Ja, was würdest du mir dazu sagen, eine Eins, Neu, ach, der wirft noch eine Null dazu, ach so, wenn das nur das, wenn das der verbündeten Part ist, und der läuft in die falsche Richtung, was macht denn der? Wenn du hier hackst, kannst du Münzen kriegen, auch vorsichtig, wenn du eine Spitzhacke bekommst, aha, sehen wir das auch mal, zack. Okay, verstehe ich nicht ganz, aber okay, vielleicht kann ich da auch ein paar Münzen sonnen, na, bis dahin komme ich erst mal nicht. Ich habe keine Münzen, ich habe nicht genug Münzen, oh, verdammt, komm, jetzt noch eine Eins und eine Null, eine Fünf, okay, eine Eins und eine Null macht sechs. Ja, ich kann nicht kaufen, ach man, das tut mir leid hier, ich hätte mir jetzt einen Stern kaufen können für 30, ach man, das ist eine scheiße Münzenklau, die muss ich mich jetzt auch bedienen. Ja, komm, ich klau mir Münzen von Vario, der hat sie mir geklaut, der hat sie mir weggenommen, und ich werde sie jetzt am meisten, hm, ein Doshinsky, der ist auf Platz zwei, nein, Bowser Junior ist auf Platz zwei, ich klau nur seine Münzen, damit ich vielleicht auf Platz zwei wenigstens komme, ja, naja, obwohl, der hat immer noch genug, zack, die Münzenklau, Ja, jetzt bin ich auf Platz zwei, immerhin, Platz eins wird wohl nichts mehr, bis es ausschaut, aber immerhin, 37, ja, jetzt habe ich die Münzen, Ich hätte sie so meine Nacktitu gebraucht.